Musik Coole Typen, heiße Autos und jede Menge Rock'n'Roll. Die 17. Auflage des Gigantentreffen lockte am Pfingstwochenende zahlreiche Besucher zum Schloss Mammling im Innviertel. Bei schönstem Sommerwetter stand das Schlossgelände drei Tage ganz im Zeichen von US-Cars, Bikes und Trikes, die sich auf der Show-and-Shine-Area den Besuchern von der besten Seite präsentierten. Musik Oldtimer und Fahrzeuge mit Code-Status, wohin das Auge reichte und darunter die eine oder andere Überraschung. Musik Für das entsprechende Rahmenprogramm sorgten neben Händlern und spektakulären Shows, vor allem auch die zahlreichen Bands, die mit Blues, Country und Rock'n'Roll im Festzelt gute Laune verbreiteten. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017